Mario Götze wird Borussia Dortmund im Champions-League-Finale gegen Bayern München fehlen. Das teilte der BVB am Mittwoch mit. Der 20-Jährige, der sich im Halbfinal-Rückspiel bei Real Madrid ein Muskelfaserriss zugezogen hatte, klagt erneut über Probleme im rechten Oberschenkel. Götze war erst am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, hatte das aber vorzeitig abgebrochen. Es tut ihm unheimlich leid, dass er der Mannschaft in dieser wichtigen Partie nicht mehr helfen könne, sagte Götze. Doch er habe volles Vertrauen in sein Team. Götze wechselt zur neuen Saison zum Erzrivalen Bayern München.